Ich weiß, fast unmöglich, aber die Sonne scheint hier im Düsseldorf für Euroshop. Nichtsdestotrotz, Licht, ein wichtiges Thema im Retailing. Was bringt Ihre Firma zum Markt? Also wir sind ein dynamisches Unternehmen und sind spezialisiert auf den Bereich Retail, Hospitality und Office. Ja, wir bringen natürlich neue Produkte, wie zum Beispiel jetzt unser neuer Oreo-Strahler, also unsere neue Oreo-Serie. Die gibt es in verschiedenen Variationen. Es gibt die als normalen Strahler für eine Tracklight oder für eine Stromschiene. Es gibt die als Einbauvariante und als Stromschienenstrahler. Ist eine minimalisierte Bauform mit einem sehr hohen Lumen-Output und sehr einem effizienten, hohen, über 100 Lumen pro Watt Output im Prinzip bei diesem Strahler. So, dass dementsprechend alles minimalisiert wird und für den Kunden ansprechender gemacht wird. Der Aufwand teilzunehmen im Euroshop ist nicht klein. Ihr entscheidet jedes Mal hier dabei zu sein. Welchen Wert habt ihr durch eure Teilnehmer? Die Euroshop ist, wie schon vorhin gesagt, für uns recht wichtig, weil wir natürlich hier auch sehr nah am Kunden sind. Weil hier ist dementsprechend so, dass viele Kunden im Retail-Bereich oder im Office- oder im Shop-Bereich sich hier orientieren. Was gibt es für neue Architekturen? Was gibt es für neue Design-Sprachen? Und auch im Beleuchtungsbereich. Dementsprechend ist es natürlich sehr wichtig für uns hier auch teilzunehmen. Es gibt natürlich manche Messen, da muss man einfach teilnehmen, um da zu sein. Aber hier ist es natürlich für uns als Unternehmen sehr wichtig. Und natürlich hier auch Kunden, auch Umsatz danach der Messe zu generieren. Vielen Dank. Ich weiß, Sie haben nicht so viel Zeit. Es gibt viele Kundengespräche. Wie gesagt, Joseph, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.